Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie hier auf der Startrennbahn des Kanal 21. Heute ein sehr spannendes Rennen. Auf Startbahn Nummer 1 befindet sich Würfel Nummer 1. Auf Startbahn Nummer 2 heute frisch eingereist aus den USA, Würfel Nummer 2. Und auf Startbahn Nummer 3, Würfel Nummer 4. Auf die Plätze, fertig los. 1, 2, 4, stürmen los. 1 holt auf, 2 bringt 1 zum Fall, 1, 9 weiter. 4 vor und 4 geht, rechts ab und lang gegen die Wand. 2 und 1 auf der Endspur, 1 springt auf, 2 und beide durchs Ziel. Meine Damen und Herren, ein sehr beeindruckendes Rennen, was wir heute hier präsentieren durften.